Hallo und herzlich willkommen zu GTA 5 Online Stockpile oder wie der neue Geeknmodus heißt. Und wir spielen da von den vierten Teil mit dem Hunter, der noch nicht veröffentlicht ist, by the way. Den ich aber gerne veröffentlicht hätte. Ok, grün ist gut. Abzukrünnen. Heeeey! Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Wir können weg und weg und weg.. Das ist ja herzhaft. Jetzt muss genau ein roter abfallen. Okay. Wieso muss der genau treffen? Ich hab's abgeschafft. Ja. Haben wir auch geil. Getroffen. So. Seifen. So. 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 Machen. Wow. Hiffa! Ja, gut. Verlierer. Gut, wir sind die Letzten. Hiffa! 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 Wie genau war das getroffen? Wie genau war das? 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 Da hat er mir das einfach voller Nase, es geht laut. Nein! Aber es war schon gut abgewehrt, muss man zugeben. Ey Leute! Okay, wir schnappen uns, ich schnapp mir jetzt gleich mal grün. Ist egal. Das Kick ist voll. Die Klauen von uns, das Klauen nur von denen. Wow! Das Team lässt sich auch alles abluchsen. Wie fällt es dir da drinnen? Man, kann sich mal jemand um grün kümmern. Grün klaut ja wirklich alles. Nein, es wird getroffen! Okay, diese Klauen haben wir verloren. Okay, Pip gewinnt. Okay, also mit Hertha macht das jetzt nicht so viel Spaß. Aber gut Leute, das war's mit diesem Video. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao!